hallo und herzlich willkommen zu let's multiplayer call of duty goals mit mir aber 1990 heute spielen wir ja was gibt es denn noch anderes aus waffenspiel ja was gibt es außer tdm zu spielen und herrschaft natürlich herrschaft weil tdm überhaupt nicht mal meins ist und da genauso viele scheiß hacker drin sind wie im herrschaft wenn jetzt sogar noch schlimmer also darum spielen die herrschaft ist zurzeit ja gut wir haben es um wir haben es 10 uhr 8 ja gut 10 uhr 8 ist jetzt auch nicht gerade so prickel das sind 2000 leute online natürlich findet man im späteren tagesverlauf mehr leute ja wie gesagt man hört es vielleicht noch ich bin noch ein bisschen blöde aber wie gesagt ebenfalls wie gesagt ja ja wie papa warten wir auf den spieler und wir spielen hier mal mit der remi ja habe ich gerade aufzunehmen und das ist die bisschen mit kleinen möglichkeit und so soll ich mich da überhaupt nicht dran die ballen hier schon wie alle mit dem sniper durch durch die gegend und tschüss den auch weg ist richtig geil die waffe nicht schlecht schöne entfernungswaffe definitiv nehmen wir noch die zweiter mit weil wir nicht einnehmen sollen wir den auch weg man guckt vielleicht reise ich diesmal noch den score ja weiß wer weiß oh da waren zweites neuner scheiße nur sechs scheiße nur sechs schuss das blöd na zum glück warum waren denn da so viele man ja ich habe nicht ich habe keine dinge ins bekommen scheiße kann ich von hier aus nicht rüberschauen ich hätte mal weiter nach rechts laufen soll nicht wir zurück na egal kann man nichts machen 8 zu 1 sagen was ein guter anfang oh mein gott ich muss ernsthaft heck dieser scheiß level sie mir auch schon sonst er ist nie wissen können ja ist klar ich glaube ich kann mir jetzt auch hier irgendwo gleich auf dem dach tschüss alter wie viel gammeln denn hier bei naja c haus dingens bums grünster es geht ja mal gar nicht erst nach 21 ist schon 10 zu 4 oder wie schade eigentlich wollte ich den kill haben sonst kannst du mir ruhig geben kannst damit eh nicht üben trinities alle verfehler auch was ah ja ist klar der oracle war gar noch war eigentlich schon weg das ist klar ja nö man weiß es auch so instant da war aber kein oracle nice wall heck tdc guck mal drauf anspringt er wird auf jeden fall eine meldung kriegen zerstört einfach nur spiel spaß das an sich auch unter aller sau jetzt muss er plötzlich nicht mal wie jetzt wirst du spiel nicht sondern wie sonst so ist wieder ok 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 so jetzt hier aca 12 und so ein bisschen besser hier im start sein er will er mich natzen oder so alle wie behindert ist er denn wie kann man denn schon so früh hacken man man kauft sie als spiel alter ohne scheiß man kauft sich als spiel spielt ganz kurz und dann hackt man schon was wollen wir wissen dass das für ein schwachsinn ist der größte bullshit überhaupt es ist dazu will mir geld viel zu schade das heißt dass er auch immer so auch dass er aber auch immer so ewig brauchen die hund zu rufen so tschüss natürlich verlieren wir ist klar was was aktiv eins an scheiß ich habe keine moni mehr das ist natürlich blöd ja natürlich dieser arsch von scheiß verkackter huren sniper mann scheiß hackermann nee so was müssen sie sofort band mann oder infinitive wort wie auch immer hier der olle entwickler groß macht sauspaß ich habe übelst bock trauern sonst wirklich so viele videos machen jetzt vor allem auch hintereinander aufnehmen aber bei sowas nee preshooting bekennst du ja ist klar mann ist klar ja 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 ist klar nicht nur der spacko hackt noch mehr alter ist das widerliche kämpfe ich gleich irgendwo hin mal stöße ich meine karte nicht versaut und fällig ja alter ja toll drei kill zu solchen die jetzt herkriegen diese scheiße geschweine ja ist klar wartet der spacko auch noch war gut man hat mich gehört hat die entsprechenden pöx dazu alter gott wenn da sieht man da sieht man er sieht den noch nie mal ja nie ist klar oh mein gott so ein kleines kitty mann der darf doch nicht mal spielen alter so war haben wir den spacko denn da tüter melden und tschüss und wir suchen uns natürlich eine neue ach ne wir sind ja schon fertig wir sind ja schon durch stimmt ja so das war call of duty ghosts ich denke mal wir sind jetzt bloß fünf minuten oder so weit gewesen oder sechs minuten naja ist egal äh ja das war call of duty ghosts mit einem scheiß hacker wieder am start den man sofort in den sack stecken müsste und so doll verprügeln dass ihm das hacken vergeht alter ist das so ist es nicht wahr das ist nicht wahr naja ähm ja das war call of duty ghosts episode 17 oder 18 das weiß ich gerade gar nicht muss gleich mal nachschauen da ich wieder im richtigen ding ist drin ähm kann sein dass es schon ab glaubt das ist schon episode 18 na werde ich ja gleich sehen ähm ja das war call of duty ghosts mit mir adler war 1990 und so ein wix hacker der kein leben hat und so ein kleines kid ist was normalerweise gar nicht am pc gelassen werden darf ja ist ja auch egal und ja bis zum nächsten mal wenn euch das äh video gefallen hat könnt ihr es mal kommentieren wenn ihr möchtet und ähm ja einen daumen nach oben geben wenn ihr es möchtet äh alles kostenlos und ein abo wäre vielleicht auch cool ja jetzt bin ich aber ruhig bis zum nächsten mal ciao leute ciao leute